Umgang mit Trostlosigkeit der Lage bei jemand anders Vielleicht kennst du einen Menschen, dem es momentan sehr trostlos zumute ist. Er sieht nur die Trostlosigkeit seiner Lage. Und du willst ihn aber trösten und sagen, ja, ich bin für dich da. Wie kannst du auf ihn zugehen? Eine Möglichkeit ist tatsächlich, menschliche Liebe zu zeigen. Bei dem Menschen zu sein, einfach zu zeigen, ich bin für dich da. Nicht immer ist es hilfreich, dem anderen zu sagen, was noch alles möglich ist und was er noch alles machen könnte und dass es ja noch gut gehen kann. Manchmal fühlen sich dann Menschen nicht verstanden. Manchmal hilft es ihnen, eine andere Perspektive aufzuzeigen. Manchmal hilft es ihnen zu sagen, dass noch einiges möglich ist. Manchmal reicht es aber einfach aus, sich neben den Menschen zu setzen eventuell zuzuhören, eventuell ihm einen Kräutertee einzuschenken, eventuell ein kleines Geschenk machen, eventuell eine Karte zu geben und einfach sagen, du bist mir wertvoll, du bist mir wichtig, ich bin für dich da. Dann geht es dir, ich bin für dich da. Dann geht es dir, ich bin für dich da. Dann geht es dir, ich bin für dich da. Dann geht es dir, ich bin für dich da. Dann geht es dir, ich bin für dich da. Vielen Dank.